Hallo, ich bin Katha und ich arbeite in der Ausstattung am JTB. Das heißt, ich bin verantwortlich für Kostüme, für Requisite und habe auch schon für zwei Produktionen im Kuppelsaal Bühnenbilder entworfen. Ich bin seit 2012 am JTB. Meine Lieblingsproduktion war, glaube ich, von den Kostümen her der Räuber Hotzenflotz, das hat am meisten Spaß gemacht. Von der Requisite her hat am meisten Spaß gemacht der kleine Ritter Tränk. Was ich an meinem Job besonders mag, ist die Abwechslung, weil man mit jeder neuen Produktion neue Herausforderungen hat, sich wieder komplett neu auf etwas einstellen muss, kreativ werden kann und genau, das ist wirklich sehr schön an meinem Job und das mag ich ganz besonders gerne. Meine Lieblingsproduktion